Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter vor 8 und wir schauen als erstes mal in den Kaufhungerwald, um festzustellen, dass es in der Tat eine sehr winterliche Angelegenheit ist. Kaum hat der Monat März angefangen, am 1. März ist meteorologischer Frühlingsbeginn, das ist eigentlich unbedeutend, nur für unsere Statistik. Wir haben dann den richtigen Frühlingsanfang am 20. März, aber im Moment tatsächlich diese winterliche Anmutung und ich zeige Ihnen als erstes mal diesen Satellitenfilm von ganz Europa, was Sie heute gemerkt haben, es gab viele Wolken über Deutschland, das ist aber gar nicht das Interessante, sondern das Interessante sind riesige Temperaturunterschiede. Wir fokussieren uns zunächst mal auf Deutschland. Schauen Sie mal nach Bochum, 1 Grad heute. Schauen Sie mal nach Weil am Rhein, ganz im Südwesten gelegen von Baden-Württemberg, 16 Grad. Das konnte man sich heute in Bochum und im Norden Deutschlands überhaupt gar nicht vorstellen. Übrigens, wer Sommer mag, in Murcia im Süden Spaniens, im Südosten Spaniens 28 Grad, in Lapland, in Kittilä ist noch kalt, minus 7. Und jetzt gucken wir mal auf den Radarfilm. Und wir haben eine scharfe Luftmassengrenze. Alles, was hier violett oder rosa ist, das ist Schnee. Nördlich der Mittelgebirge ist das so. Und alles, was hier weiter nach Süden kommt, abgesehen von den Bergen in den Alpen, das ist dann blau und das ist der Regen. Und dementsprechend gibt es diese scharfe Grenze. Und alle, die nördlich von dieser Grenze sich heute aufgehalten haben, haben die Winterbilder, wie eben auch aus dem Kaufhunger Wald im nördlichen Hessen, gesehen und erlebt. Und in Essen zum Beispiel hat es jetzt drei, in Göttingen vier, auch in Potsdam einen Zentimeter Schnee. Das ist die winterliche Wahrnehmung. Und jetzt wollen wir natürlich nach vorne gucken. Und das Spannende ist, dass im Moment ein Tief nach dem anderen vom Atlantik unterwegs ist, durchzieht. Das Spannende ist aber dabei, dass diese Luftmassengrenze, von der ich sprach, immer von den Tiefs ein bisschen nach Norden gedrückt wird, wenn dann so eine Warmfront kommt. Und nach Süden gedrückt wird, wenn dann so eine Kaltfront kommt. Das ist also wie so eine Wellenbewegung. Und gucken Sie sich die Welle mal an. Das ist der 15-Tage-Trend in dem Fall für Frankfurt am Main. Sie sehen, dass auch nach Frankfurt die wärmere Luft unterwegs ist. Donnerstag, Freitag, 12, 13, 14 Grad. Dann einmal der Abschwung am Samstag. Da wird es ganz schön frisch wieder werden. Und dann kommt die nächste Warmluft. Und dann geht es deutlich höher. Dann wird es ein bisschen frühlingshaftere Temperaturen in Deutschland geben. Jetzt deklinieren wir das Wetter mal durch, weil auch das ist ziemlich spannend. Sie sehen nochmals hier natürlich diese Luftmassengrenze in der Mitte. Nördlich der Mittelgebirge ist das dann alles Schnee, was fällt. In den Mittelgebirgen allerdings geht das alles relativ schnell in Regen über. Denn von Westen, Schrägstrich Südwesten, kommt die wärmere Luft. Und dann hatten wir ja heute zum Beispiel im Schwarzwald noch Windstärke 11 auf den höchsten Erhebungen. Das sind orkanartige Böen. Anfangs der Nacht sind es dann immer noch schwere Sturm den Böen, die möglich sind. Danach wird das Ganze allerdings langsam abnehmen. Ganz im Norden übrigens ist die Nacht deutlich ruhiger. Da klart es auch mal auf. Deswegen hier gibt es 3, 4 Grad unter Null. In der Mitte, wo der Schnee fällt, Werte um Null. Also ein großes Achtung für die Straßenverkehrsteilnehmer. Und nach Süden ganz anders. 7 bis 10 Grad plus. Und wenn wir jetzt auf den morgigen Vormittag gucken, passiert es, dass sich diese Warmluft langsam hier nach Norden voran arbeitet. Aus dem Schneefall wird dann häufiger Schneeregen. Im Süden wird der Regen häufiger. Am Alpenrand anfangs Aufhellungen. Ganz im Norden gibt es die auch. Und in Richtung Nachmittag wird der ganze Rest dann auch eher der Regen werden. Nur noch im äußersten Nordosten gibt es vielleicht einen Schneeschauer. Und im Süden wiederum wird es freundlicher. Also Sie sehen, Tiefs quirlen das Wetter ordentlich durch. Und das Ergebnis sind dann morgen im Süden wieder Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. In der Mitte zwischen 4 und 7 und weiter nach Norden gerade mal 2 bis 5 Grad. Der Wind entsprechend. In der kälteren Luft ist es ein Ostwind. Nördlich des Tiefs, Stärke 2 bis 3. Südlich davon, Südwestwind, Stärke 4 bis 5. Einige kräftigere Böen. Insgesamt lässt der Wind nach. Und dann gibt es den nächsten spannenden Tag. Das ist der Freitag. Denn da zieht ein Sturmtief durch. Erst ist es sehr warm. Auch im Westen gehen die Frühtemperaturen mit Plusgraden los. Dann kommt von Norden wieder kältere Luft. Wetterberuhigung in kältere Luft am Samstag. Das war es vom Wetter. Schönen Abend. Bis dahin. Und Tschüss.